Halt, stopp. Kann ich mit dem noch irgendwas machen? Aber wir gehen jetzt erstmal zu ihm, würde ich sagen. Danke, dass du so schnell gekommen bist, Susanne. Die Lage mit Herrn Campbell von GED gerät außer Kontrolle und ich brauche deine Hilfe. Äh, ja. Darf ich nochmal mit dir sprechen? Ich habe gerade gehört, dass es den Stadtrat fast schon davon überzeugt hat, dass die GED ein Anrecht auf das Land hat. Wir haben kaum noch Zeit, um ihn aufzuhalten. Im Moment stellen sie an unheimlichen Vermesser ihre Ausrüstung auf, damit sie eine detaillierte Karte für den geplanten Abriss erstellen können. Ich bin der wahre Besitzer dieses Landes, aber ich brauche Zeit, um dem Stadtrat das zu beweisen. Kannst du mir helfen, den Morlandstall zu retten? Wir müssen Herr Campbells vom Messer aufhalten, um etwas Zeit zu gewinnen. Du musst nur ihre GPS-Ausrüstung abschalten. Okay. Sie stellen sie in ein Gebiet außerhalb des Stalles auf. Zwischen hier und den Hügeln, wo sich ihre Baustelle befindet. Ich habe auf deiner Karte eingezeichnet, wo sich die GPS-Ausrüstung ungefähr befindet. Viel Glück. Okay. Das heißt, das ist also rechts von dem Ort, wo ich sowieso hin möchte. Ah, hier ist schon wieder alles so am Blinken. Dieses ganze Glitzern, ne? Das sind wahrscheinlich dann die Sachen, die wir machen müssen. Okay. Die orangenen Felder zeigen, dass es da draußen was zu tun gibt. Die meinen wahrscheinlich die gelben Kreise, aber okay. Das ist der Stall. Hier ist was angeschlagen. Da wollte ich auch nochmal eben hin. Pferde füttern in den Moorlandstellen. Misten die Moorlandstelle aus. Pferde tränken in den Moorlandstellen. Welche sind denn die Moorlandstellen? Das, wo ich hier rein kann? Oder ist es das da hinten? Also Pferde tränken mache ich jetzt erstmal. Fülle einfach die Behälter mit Wasser. Fülle dann einmal am Brunnen. Okay. Ja, das wollte ich ja sowieso. So, steigen wir mal eben ab. Nein. Lässt du das Pferd in Ruhe? Nein. Nein. Ist es so schwer nach oben zu gehen? Wenn man nach oben klickt. So, Moment. Ich habe hier irgendwo einen Eimer. Oh, wieso habe ich jetzt noch zweimal hier drin? Wie viel hast du denn gesoffen? Hallo? Der hat mir zehn Eimer weggesoffen eben. Oder wie verstehe ich das jetzt hier? So. Ähm. Zu welchen Stellen müssen wir denn? Ich vermute mal zu denen hier oben. Ja, das sieht gut aus. Komm, steig ab. Hallo. Ich hasse es, wenn die ganzen Fliegen hier drin sind. Also das mit der Steuerung ist noch ein bisschen seltsam, muss ich sagen. Kann ich hier irgendwas anklicken? Finde Eimer. Ich habe doch einen Eimer. Muss ich das hier rein machen? Ne. Das Pferd muss ich auch nicht trinken. Hm. Okay. Meinen die nicht meinen Eimer? Was für einen Eimer meinen die denn dann? Moment, hier vorne ist noch einer. Soll ich den mitnehmen? Nö. Auch nicht. Hä? Das verstehe ich jetzt irgendwie nicht. Ich habe doch meinen Eimer hier. Warum kann ich denn mit dem Eimer hier nichts machen? Warum? Ach, ich... Moment. Äh, ja. Jetzt habe ich ein Pferd gefüttert mit einem... Ach so, hier vorne ist jetzt Wasser drin. Okay. Ah, okay. Okay, okay. Aber wieso hat das hier jetzt eben nicht geklappt? Das verstehe ich nicht. So, zwei. Muss ich wahrscheinlich direkt davor stehen. Sonst klappt das nicht. Okay, gut. Bleib mal eben hier stehen. Ich muss mal eben die Quest abgeben. Obwohl, ich kann mich auf dem Pferd irgendwie besser bewegen als ohne. Das war jetzt hier drin, ne? Ach, jetzt kann ich das nicht, weil ich nicht auf dem Pferd bin? Och, nee. Ist nicht euer Ernst jetzt, oder? Ich meine, die Verbindung zum Pferd, klar, dass die wichtig ist. Aber dass ich da jetzt drauf sitzen muss, um irgendwas abzugeben. Hallo? Hallo? Steck auf. Kann ich immer noch nicht abgeben. Wieso nicht? So, Pferde füttern in den Stellen. Miste die Stelle aus. Also ich denke mal, das wird ja alles nicht so schwer sein. Die Pferde brauchen Heu. Hol einen Heuballen und fülle sie auf. Ja, ich habe noch einen. Wir probieren es jetzt erstmal damit. Kannst du dich hier drehen? Nein, du wirst dann direkt da reingezogen. Klasse. Das ist ja geil. Also diese Grafikfehler, die sind schon irgendwie krass hier teilweise. Aber okay. So. Hallo, steig ab. Steig ab. Steig ab. Ja. Leben ist so noch gelaufen. Aber okay. So. Dann können wir... Ne, brauchen wir einen anderen dafür? Muss ich näher rangehen? Nein? Hä? Ich habe doch einen Heuballen. Achso, brauche ich wirklich einen Heuballen? Oder brauche ich nur Heu? Äh. Das ist natürlich etwas doof. Das weiß ich jetzt nicht. Wenn ich einen Heuballen brauche, ist das natürlich doch ziemlich teuer. Dann muss ich den nämlich erstmal holen. Ja. Setz dich doch aufrecht. Halt, stopp, stopp, stopp. Da war einer. Ah. Aha. Ja, so ist gut. Auch wenn es dann immer länger dauert, dass ich runter kann. So. Aha. 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 So. Dann. Das war der Heuballen, nehme ich an. Haha. Jetzt haben wir es rausgefunden. Gut, man muss das natürlich erstmal alles einmal gemacht haben, damit man dann weiß, wie es geht. Irgendwie bin ich jetzt nur noch gewohnt, mit Joypad durch die Gegend zu laufen. Ich kriege das gar nicht mehr hin mit der Steuerung mit den Pfeiltasten, merke ich gerade. So, das auch noch da rein. Zack. Fertisch. Und auf. Auf, auf. So. Jemand muss den Stall ausmisten. Äh, ja. Deswegen bin ich hier. So. Also einfacher wäre es wirklich gewesen, wenn das besser auf die Steuerung irgendwie... Moment, muss ich dafür irgendwas haben zum Ausmisten? Nee, ne? Ich muss nur da hingehen. Die Steuerung ist ein bisschen kompliziert, muss ich zugeben. Aber ansonsten finde eine Schaufel. Also doch eine Schaufel noch suchen. Ach, da vorne. Oder? So. Achso, ja, klar. So. Ähm. Vielleicht ist es auch einfach nur Gewöhnungssache. Kann natürlich auch sein. Also gerade bin ich hier fertig und schon kommt hier der nächste Misthaufen hin, oder wie? Der ist auch so süß. Der guckt so niedlich. Die haben alle so süße Augen. So richtig knufflig. So, mein Schätzchen. Jetzt müssen wir mit Mama noch ein Stück weiter reiten. So, da kann ich... Kann ich da wieder Wasser holen? Eigentlich nicht, oder? Habe ich mit dem John eben nicht gesprochen. Habe ich jetzt überhaupt irgendwas dafür bekommen, dass ich das mit dem Stall gemacht habe? Ich glaube nicht, oder? Hallo, schön dich kennenzulernen. Ich bin John. Du bist doch recht neu hier. Den habe ich doch schon gesprochen. Meine ich doch. Der will mich doch hier in den Stall führen. Führe ein Upgrade des Stalls durch. Warum sollte ich das tun? Ich weiß gar nicht, wie das geht. Hihi. Ähm. Gut, da hinten können wir aber nochmal kurz reiten. Und dann wollte ich noch kurz was kaufen. Und dann wollte ich hier die Episode mal eben... Ach, ich bin auf den C drauf gekommen. Deswegen. Dann wollte ich die Episode nämlich kurz unterbrechen. Weil wir nämlich gleich schon halb eins wieder haben. So. Wähle Auftrag. Miste die Ställe aus. Pferde füttern. Übernachte im Moorlandstall. Okay. Ja, aber ich habe doch gerade schon die Stelle gemacht. Und ich habe ehrlich gesagt auch nichts dafür bekommen. Was ich ziemlich dreist finde. Deswegen werden wir jetzt erstmal gucken. So, Möhren und so sind natürlich auch nicht gerade unwichtig. Wir schauen mal... Oh, was ist denn der schwarze Sattel? Den hätte ich gerne. Hm, das sind zwei schwarze Sattel. Ähm... Hier ist gar kein Sattel drin. Wieso ist hier kein Sattel drin? Reitenpflege. Da ist Reiten plus 8. Ist aber auch ziemlich teuer, ne? Achso, da brauche ich Level 15 für... Äh... Spieler Level 3. Achso, alle die rot sind, kann ich noch nicht haben. Ah, verstehe, verstehe. Ähm... Der macht Reiten und Pflege plus 1. Und was ist das, was ich jetzt anhabe? Das kann ich jetzt gar nicht sehen. Der macht natürlich gar nichts. Aber 33 von den Dingern. Das ist mega heftig. Nur für jeweils plus 1. Das ist irgendwie ein bisschen arg übertrieben, finde ich. Was ist mit dem hier? Oh, was ist das? Ah, Spieler Level 1. Kostet natürlich auch einiges. Macht aber alles plus 1. Und was ist das? Ach, der Sattel. Spieler Level 1. Neutral mit die Moorlandstelle. Äh... Ja, Stelle. Wieso neutral mit... Aber der Sattel, der macht gar nichts, wenn ich den kaufe, oder wie? Das ist natürlich doof. Ähm... Disziplin plus 1, wenn ich die hole. Ich wollte ja eigentlich auf ein anderes Pferd sparen. Andererseits muss man ja auch ganz ehrlich sagen, es ist natürlich auch nicht schlecht, wenn die Klamotten und so weiter besser sind. Ich sehe hier gerade gar nichts. Moment. Also ich habe jetzt das an. Dann würde ich das anziehen. Sieht zwar so ein bisschen Oma-mäßig aus, wenn ich jetzt ehrlich bin. Aber ich denke mal... Ich denke mal, ich haue jetzt einmal wirklich rundum was raus. Raus. Ja. Und dann... Der Helm ist mega hässlich, muss ich ja jetzt mal sagen. Aber der, den ich jetzt trage, der dürfte gar nichts bringen. Also nehmen wir den jetzt auch mal. Also ich haue jetzt mal wirklich ein paar Starcoins raus. So, die Schuhe. Oh Gott. Ich will schwarze Schuhe haben. Aber naja. Ich will die trotzdem mal. Handschuhe. Ich sehe nachher aus wie so ein... Keine Ahnung, was für ein Oschi. Die Hose sieht auch kacke aus. Aber... Ich gucke schon gar nicht mehr nach den Starcoins. Aber immerhin habe ich jetzt noch etwas über 1000 übrig. Das ist... Wenigstens etwas. Das heißt, ich werde mir jetzt den anziehen. Genau. Und was bringt der hier? Der bringt nämlich gar nichts. Aber wenn ich den verkaufe, bringt der auch nichts. Okay. Gut. Ziehe ich die an? Die bringen mir auch nichts. Ja, das ist alles die komplette Anfängerrüstung noch. So. Disziplin. Reitfeste. Achso, die hatte ich noch nicht getauscht. Deswegen. Okay. 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 Die bringt aber schon ein bisschen mehr, die ich vorhin bekommen hatte. Aber nicht so viel, wie die, die ich jetzt habe. So. Sehr schön. Ich sehe zwar so ein bisschen absolut scheiße aus. Wenn ich jetzt ehrlich bin. Aber meine Werte haben sich verbessert. Und da schaue ich dann auch direkt mal eben nach. Kopf. Ja, auf dem Kopf ist eigentlich mein Helm. Aber gut. Wenn ihr das nicht sieht als Kopf, dann ist es okay. Meine Fähigkeiten fürs Reiten sind jetzt auf 8 Punkte. Pflege auf 7, Befehl auf 7 und Springen auf 6. Das ist doch schon mal ganz cool. Ich habe einen neutralen Ruf. Das wird sich vermutlich bald ändern. Nehme ich mal an. So. Das Pferd hat auch einiges. Es hat natürlich keinen besseren Sattel, keine bessere Decke. Aber... Ah. Aber das mit dem Sattel, das war echt mega teuer. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich hätte vielleicht auch erst mal hier gucken sollen. Ich habe jetzt das erst Beste gekauft. Das war jetzt wahrscheinlich voll der Noob-Feder hier gerade. Na komm. Geh noch ein Stückchen. So. Ah. Das hätte nur 9 gekostet. Oh. Ihr könnt mich doch mal echt... Okay. Dann nehmen wir auf jeden Fall jetzt noch eine Decke. Und der Sattel ist so im Vergleich... Obwohl, der bringt mir jetzt nichts. Hat die... Bringt mir die Decke jetzt überhaupt was? Habe ich die... Doch. Die hat Stärke gehabt. Oh, ich wollte gerade sagen. Ähm. Ja, den nehmen wir auch. Wieso kann ich hier eigentlich nichts sehen, Leute? Was ist das für eine komische Kameraperspektive? Ähm. Ah. Stärke und Geschwindigkeit. Achso. Dafür brauche ich ein anderes Spielerlevel. Okay. 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 Die habe ich mir geholt. Dann gehe ich hier mal raus. Boah. Das ist so ein richtig schöner Western-Sattel schon fast, ne? Aber die ziehen wir auf jeden Fall um. So. Und die Decke? Naja, gut. Okay. Ist nicht die schönste Decke. Aber ich sage mal, man kann ja leider nicht aussuchen, was man dann da dran macht. Ähm. Ähm. Das ist die alte Trense. Okay. Okay. Dann würde ich mal sagen, gehe ich da hinten auch nochmal hin. Schau da auch nochmal schnell rein, weil die Episode nämlich auch gleich zu Ende ist. So. So. Reiten plus eins. Springen und Pflege. Ja. Die sind natürlich sehr günstig jetzt gewesen. Anfängerjacke. Ja. Aber meine macht jetzt mehr die, die ich habe. Der Helm macht Springen plus eins. Junior-Helm. Schuhepflege plus eins. Aber die anderen Sachen, die ich mir jetzt gekauft habe, jetzt teurer waren. Die haben jetzt alles plus eins gemacht, glaube ich. Eigentlich würde ich jetzt schon fast sagen, ich habe alles richtig gemacht. Ähm. Ja. Die Jacke macht alles plus eins. Das macht alles plus eins. Ja. Ja. Ne. Dann lasse ich das auf jeden Fall so. Wenn ich mal was Besseres finde, kann ich es ja immer noch austauschen. So. Die Decke stärkt. Der Sattel stärkt. Hufeisen habe ich jetzt keine andere. Das stärkt. Was kommt denn hier rein? Der Schwanz. Der Schwanz stärkt auch, oder was? Nein. Das ist wahrscheinlich, dass man da irgendwas drauf machen kann. Ähm. Ich würde sagen, ich... Oh, was ist das? Da ist ein Stern. Das kenne ich nicht. Ja, komm. Kann man den sammeln? Irgendwie? Ich kann durchlaufen. Nein. Stopp, stopp, stopp. Ich kann durchlaufen. Das ist doof. Kann ich den nicht einsammeln? Hallo? Doch. Du hast einen Stern gefunden. Deine Sammlung anschauen. Ah, okay. Ah. Sternsammlung. Moorland. Was bedeutet das? Das sind jetzt die Leute, die ich hier gefunden habe schon. Heißt das jetzt, je mehr Stern ich sammle, umso weiter komme ich dann in andere Länder? Oder so? Ich weiß es nicht. Falls ihr das wisst, dürft ihr mir das gerne in die Kommentare reinschreiben. Ähm. Irgendwie gefällt mir die grüne Decke doch ganz gut. So. Dann gehe ich jetzt nochmal in den Stall. Wir haben doch hier, hier zum Beispiel. Äh, hallo? Ich sehe nichts mehr. So. Moment. Ich habe doch hier was. Ich habe hier auch. Achso, da kann ich meinen Eimer auffüllen. Ja, genau. Okay, also wir schmeißen jetzt erstmal die ganze Anfänger-Sachen. Nein. Habe ich jetzt getauscht? Ich wollte die nicht tauschen. Entschuldigung. So. Was ist aber die Ausrüstung? Ähm. So, genau. Die ganze Anfänger-Ausrüstung, die tue ich jetzt erstmal raus. Eigentlich brauche ich sie ja nicht mehr, aber ich habe jetzt heute zufällig was gesehen. Ähm. Mit einer Challenge, einer Anfänger-Challenge. Und vielleicht gibt es die ja nächstes Jahr oder so auch noch. Oh, Moment. Auch nochmal. Achso, der hat nicht viel verbessert. Eigentlich könnte ich das ja wiederum verkaufen, ne? So, das ist jetzt auch noch Anfänger-Ausrüstung. Ähm. Da gibt es oder gab es wohl eine Challenge, ähm. Wenn man schon länger dabei ist, dass man sich in Anfänger-Klamotten reinwirft und alles quasi wie ein Anfänger nochmal macht. Also so tut, als wäre man ein Anfänger. Äh. Finde ich eigentlich ganz lustig. Deswegen tue ich mal die ganzen Klamotten einfach hier rein. Wer weiß. Ich meine, ich habe ja genug Platz hier. Ich werde auch, denke ich mal, immer das Beste behalten. Vielleicht werde ich, ja, das eine für Dressur reiten in die Richtung, wenn man das so machen kann. Und das andere dann in eine andere Richtung vielleicht machen. Ich finde die Jacke eigentlich, naja, hm. Also das hier ist zwar auch eher so eine Oma-Jacke. Das Grün gefällt mir, aber so die Jacke an sich, die gefällt mir eigentlich nicht so wirklich. Ähm. Achso, die Schaufel habe ich jetzt auch bekommen für später schon mal zum Ausmisten, so wie es aussieht. Okay. So, das ist wahrscheinlich zum Umstylen. Make-up Änderung, Frisuränderung. Ah, okay. Kann man sich wahrscheinlich eine dazu kaufen oder so, nehme ich mal an. Okay. Den Eimer, müssen wir den nochmal auffüllen? Nö, da sind jetzt zwei. Ich glaube, das war auch sonst mit zwei. So, gehst du da raus? Dann würde ich sagen, mit dieser wunderschönen Einstellung, obwohl doch eine Sache muss ich jetzt nochmal kurz machen. Ich muss nochmal in den Fotomodus reingehen. Ähm. Ich möchte aber erst den Fotomodus haben, wenn die schön guckt. Ja toll, jetzt guckt das Pferd natürlich so scheiße. Das war so klar. So, kann man hier zoomen? Ja, kann man. Sehr schön. So. So. Da möchte ich jetzt ein Foto von haben. Und, äh, die Tasche, die ist eigentlich mega hässlich. Also, ich möchte, ich möchte, wenn, dann so, bitte. Gibt's eigentlich auch einen Kurzmodus für den, für den Fotomodus? Ich denke, ja, ne? Oh, oh, die hat gerade so schön geguckt. Und jetzt ist es wieder vorbei, dieser Moment. Ja, 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 ja. Das ist ein geiles Foto. Schade, dass ich nicht auch in die Richtung gucke. Oh, das ist so süß. Kann man das noch näher? Oh. Es ist doch mal richtig toll. Ganz ehrlich. Ich bin total vernaht in dieses Pferd irgendwie. Ich hab anfangs gedacht, ja, das sieht aus wie Akita. Deswegen find ich das schon klasse. Das war das Westernpferd, was ich damals geritten bin. Und, um das ich mich dann auch, äh, gekümmert hatte. Also, es gepflegt hatte und so. Ähm. Ach so, so ist eigentlich auch noch ganz schön. Ja, machen wir es einfach nochmal so. Ähm. Aber so, das ist irgendwie, ich weiß nicht, das guckt so süß und so. Also, ich muss da einfach ein paar Fotos formen. Tut mir leid jetzt, wenn ich euch damit nerve, aber es ist einfach nur total knuffelig irgendwo. Ja, aber ich würde jetzt auch sagen, dass wir, ähm, mit diesen. Ach so, okay, das ist ausgeblendet. Okay. Ähm. Dass wir mit diesen, äh, Bildern hier am Ende. Oh, wir können sogar Filter drauflegen, sehe ich gerade. Das sieht auch nicht schlecht aus, so von der Farbe her. Ja, dass wir, äh, mit diesen Bildern, wo ich noch ein wenig rumspiele, was man alles machen kann. Ich glaube, das, das ist retro, das ist klar. Das war aber nicht, ach so, aber wenn ich rausgehen guckte, wieder normal. Ja, genau. Ähm, dass wir uns jetzt mit diesen Bildern wirklich verabschieden werden für diese Episode. Und es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Und das, äh, Spiel an sich macht mir sowieso immer mehr Spaß. Und ich hoffe, dass euch das auch ein wenig Spaß macht. Und dass wir uns dann in der nächsten Folge wiedersehen. Wenn ich auf diesen süßen Tierchen hier reite. Och, da hat er gerade nach oben geguckt. So die mit den Augen gerollt. Habt ihr das gesehen? Ja, ich würde dann sagen, wir sehen uns einfach im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao. 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 .